Das sind zwei Brote im Backofen. Da sagt das eine Brot, wow, ist ganz schön heiß hier drin. Sagt das andere Brot, wow, entsprechendes Brot. Das war meine Killer Introduktion Joke, und ein nice Job, aber ich wollte es fragen, weil es eine Frage ist, woher ich bin, aber jetzt alle wissen es. So pretend ihr alle wissen es. Und der erste Person, der kann es sagen, woher ich bin? Gemini! Miles. Was für den Antworten getötet? Wenn du bei Close Attention zu mein Set hast, dann wird es erhöht die Chance zu bekommen. Das ist einfach unfair. Oh mein Gott, er ist so unfunny, aber ich habe nichts in drei Wochen zu essen. Ich starte mit dem Zeit, mit den stupiden Impressions. Mein erstes Impressions ist René Zellweger, die Impression auf ein Fisch. Mein zweites Impression ist Vincent van Gogh, in der Prize-Competition. Vincent van Gogh, hier ist Ihr Stereo Audio Equipment. Ihr Haubt! Mein Einzelner Impression ist Ein Penguin zu machen die Nazi-Salute. Wenn Sie sich ein Teil des Häsensensischen Augenbenen machen Sie Engelreben? Jetzt muss man es zu machen. Das ist richtig! Und dann den Deutschen an die Sch simplen zu machen. Ich spreche mit Penguins. So a friend of mine recently told me that penguins have the most fucked up sex life in the whole animal world. So for example, there are some prostitutes in penguins, like wettling hookers, you know. It's like, because every female penguin wants to build a nest, and if a male penguin comes up to her and gives her a stone, which is the ingredient for the nest, as a rod, he can have sex with them. I mean, imagine this in human life, you know. Oh, the lady always says, you want to paint the walls? No, he's a paint bucket. How can I thank you? You know, all the porn stories have come to truth. How are we doing porn, and how are we going to get on with women if we're penguins? Now, this is true, but may offend some people, but they really fuck bad penguins. It's really true, I mean, and what's wrong with them? Couldn't we do salute? Okay, me and myself, the lovely comedy society, I hope you all like them so far. And I told a friend of mine on Skype, who's living in Germany still, there are some societies from the university. I guess you all may be part of some societies as well. Is any of you part of the rock society? Hey, rocks in our class, this is a rock shaped like a trumpet, giving birth to a sausage. Und natürlich, auf jeden Fall, sie werden stoned. Das ist ganz lustig, weil es muss man stoned finden. Das war's für mich. Das war's für mich. Aber ich werde Ihnen mit meiner letzte Impression ein Cow anus chewing a bubblegum. Oh.